FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft, Duell der Giganten, kurz das Topspiel der Liga, auf das ganz München hinfiebert. Bereits vor dem Anpfiff um 20 Uhr haben die meisten eine genaue Vorstellung davon, wie das Spiel letztendlich laufen wird. Ich glaube, es wird ein absoluter Gdottenkick, weil beide nicht so viel riskieren wollen am Anfang. Aber es kommt darauf an, wenn ein frühes Tor fällt, dann könnte es vielleicht ganz interessant werden. Boateng und Lahm sind ein bisschen anfällig. Neuer ist auch nicht gerade in Topform. So würde ich es sehen. Die Bayern müssen halt dagegenhalten, Robben, die Zange muss halt funktionieren. Dann gewinnen die Bayern auch. Viele Fouls, viele gelbe Karten. Wahrscheinlich vielleicht durch den Elfmeter wird es entschieden oder eine rote Karte. Ein kampfgeprägtes Spiel also. Aber wie wird es ausgehen? Ich glaube, 3-1 für Bayern. 2-2, 2-1 schätze ich mal. Ich tippe 1-1. Ich denke, 2-1 für Bayern München. Wird ein dreckiges Spiel, glaube ich. Aber 1-1. 1-0 reicht, oder? Bayern gegen Dortmund. Nicht nur Topspiel, sondern auch Entscheidungsspiel. Ich würde mich festlegen, wer heute Abend gewinnt, wird Meister. 2-2. 3-2. 3-3. Untertitelung des ZDF, 2020